Spielt ihr Minecraft und wollt beim nächsten VARO Projekt dabei sein, dann spielt auf unserem Minecraft Server. Link ist in der Beschreibung. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu VARO Solo. Das ist quasi nochmal nachträglich nach dem normalen VARO entstanden, weil wir da noch relativ Bock hatten alle was zu zocken. Nur diesmal ist jeder alleine gewesen, genau. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video und let's go. War auf jeden Fall cool die erste Runde. Aber nichtsdestotrotz wird es jetzt gleich noch eine zweite Runde geben. Die geht ganz schnell. Also gut, in der Runde werde ich jetzt wahrscheinlich eher nur noch auf so Stein und halt vielleicht noch Eisen eher so Taktik machen. Fünf Minuten Schutzzeit. Okay, das ist echt nichts. Ich fühle mich gerade wie in einer Runde SG irgendwie. Nur mit dem Unterschied, dass man die Welt abbauen kann. Okay, um 45 ist die Schutzzeit vorbei. Ist in Höhle. Oh mein Gott, als ob hier eine Höhle ist. Oh, da unten ist Eisen. No way. Alter, jetzt habe ich gerade Ultra Glück. Oha, was habe ich denn gerade für ein Glück? Direkt hier Eisen. Was? So, ich muss jetzt ganz schnell ein Schwert machen. Bevor jetzt die anderen herkommen, wir das ganze restliche Eisen hier wegschnappen. Oder mich sogar töten. Fuck, ich habe gar kein Essen, fällt mir grau auf. Nein, das ist richtig schlecht. Oh fuck. Ich muss noch Kohle gleich abbauen. Scheiße. Fuck, Alter. Ich habe mich jetzt um das alles gar nicht gekümmert. Ich habe mich direkt um die Rüstung gekümmert. Fuck. Das wird mir jetzt gerade zum Verhängnis. Aber volle Kanne. Egal, ich habe noch ganz kurz Zeit. Ich werde mir jetzt noch kurz die Kohle holen. Dann werde ich mir einen Ofen machen. Mir schnell das Eisen brutzeln. In der Hoffnung, dass mir das keiner wegnimmt. Hühner. Huh. Glück gehabt. Ein bisschen Essen kann ich mir also machen. So. Hühnchen, Hühnchen. Kommt alle zu mir. Als allererstes natürlich Essen. Weil ohne Essen werde ich das Ganze nicht überleben. So, ein paar Hühnchen haben wir nochmal. Pfeile werde ich auch noch behalten. Wegen Fackeln. Äh, Fackeln sag ich schon. Wegen, äh. Fuck, die Schutzzeit ist frei. Okay, ich würde gerne meine Truhe nicht alleine lassen. Sonst geht da echt noch jemand dran. Ich würde mir auf jeden Fall als erstes einen Hanisch machen. Okay, habe ich wenigstens ein bisschen Rüstung schon mal. Nehme schon die Kohle raus. Boah, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Ausrüstung wenigstens. Und ein bisschen Essen habe ich auch. Das ist ganz gut. Das heißt, wir können in die Höhle gehen. Und ein bisschen Farmen. Ich nehme nur noch fünf Spieler. Oh. Okay. Ja, da ist auch noch jemand Full Iron. Krass. Hat hier einer meine Höhle benutzt? Kann das sein? Ne. Ich brauche noch gleich Kohle. An Kohle sollte es mir eigentlich in den Höhlen nicht mangeln. Das wäre sonst etwas ungewöhnlich. So, das müsste jetzt reichen für eine Hose auf jeden Fall. So, einmal die Hose als erstes. Oha, und es reicht sogar noch perfekt für die Schuhe. Perfekt. Volle Eisenrüstung. Nice. Machen wir nochmal die Hühnchen hier rein. So, dann brauche ich nochmal kurz oben die Kohle ab. Hi, hi. Ist hier irgendjemand? Oder warum hat gerade einer hi, hi, geschrieben? Am besten wäre noch, wenn ich mir jetzt noch einen Eisenschwert machen könnte. Dann wäre ich wenigstens schon mal voll Iron. Danke, du Linge. Ach, Team, die, oder was? Keine Ahnung. Ohne Scheiß. Ich bin hier in der Höhle unterwegs. Ich bin zwar in der Nähe von der Mitte, aber ich habe bimbebam mit total Schiss, dass die Wand jetzt gleich sofort kommt. Alter! Erschreck mich doch nicht so. Alter, der hat sich hinterfegt, der ist ein Spectator, nur zur Info, gell? Ey, ich habe mich einfach zu Tode erschreckt. Alter! Ich bin ein toter Mann. Oh, jetzt habe ich mir gerade fast ein Steinschwert gemacht, Alter. Das wäre jetzt, das wäre jetzt tot gewesen für mich. Wenn das passiert wäre. So, weg damit. Und auch weg damit. Ich, Alter, ich dachte gerade, Alter, jetzt muss ich mir echt ein bisschen aufpassen. Ich darf jetzt nichts Falsches machen. Ich habe gerade fast nämlich auch noch mein Eisenschwert weggeworfen. So. Bin spawnen. Ja, spawnen, okay, dann gehen wir gleich da hinten. Dann gibt es ein Death. Oh! Verpiss dich, du scheiß Skelett, Alter. So, weg. Wie soll ich eigentlich hier wieder durchkommen? Männermen? Okay. Es wäre nicht schlecht, wenn ich nochmal in die Overworld gehen würde und ein bisschen irgendwie Schnüre bekomme, weil ich würde mir gerne Angel machen. Oh, fuck. Fuck. Raus hier, raus hier, sofort raus hier. Fuck, 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 fuck. Die Border kommt. Das ist jetzt nicht wahr. Fuck, 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 ist die Border schnell Alter Schwede Oh, da ist die schon Alter, ist das knapp Oh mein Gott, ist mir das nicht aufgefallen Also Spinne Komm, die muss jetzt sowas hier geben Oh, da ist Dylan Hallöchen Komm her Sammeln hier schön, das ist auch ein bisschen Essen Okay, das können wir uns gerne geben So Okay, Dylan war wohl ganz in der Nähe von mir Jetzt habe ich auf die Spinne geschissen Scheiße Okay, Dylan hat sich aus dem Staub gemacht Den hätte ich jetzt eigentlich killen können Hm Sorry, Dylan Ey, der wurde schon zum dritten Mal wohl Entschuldigung weggenommen in den Truellen In den Öfen Ja, da war aber fast nichts mehr drin Aber ich hätte jetzt noch mal jagen gehen müssen Und das Name Tag Hm War da gerade jemand War hier gerade ein Name Tag Nee Nee, Leder Klar, bestimmt Das ist eh wieder so eine Fake News Ich bin voll Iron Ja, nee Jetzt schauen wir mal Ich glaub denen das irgendwie nicht so ganz Dass die so schlecht ausgerüstet sind Das glaub ich denen nicht Das glaub ich denen nicht Hier ist die Mitte tatsächlich schon Oh Warum ist jemand mit so einem Adolf Hitler-Skin Oh Gott Der Wichser Oh, ich kann mich noch löschen, Alter Oh mein Gott Huh Okay, wir haben Kill gemacht Nicht schlecht GG Sorry Bro Tut mir leid Aber das musste sein Okay Einen Kill konnten wir wenigstens noch reißen Das heißt, ich hab wenigstens etwas erreicht Und nicht nichts Wer lebt denn noch Wer lebt noch Ah Da unten Du bist meine Beute Komm her Komm her Du gehörst mir Wette, jetzt kommt der mit dem Dia-Schwert gleich 100 pro Alter Erschreck mich doch nicht so Geh doch mal weg Alter Junge Das ist ja unglaublich Ist aber keiner hinten an mir, oder? Ist aber keiner hinten an mir, oder? Oh, scheiße Scheiße Zweiter Kill Oh mein Gott, Alter Zweiter Kill Nicht schlecht Ich könnte das noch gewinnen Nur noch Sorrow Daumen ist er Alter Ist das denn dein Ernst, Alter? Komm her Alter Das ist nicht wahr, Junge Nicht mal ich hatte einen Lava-Eimer Ich wollte eigentlich ein faires mit ihm machen Also summa summarum juckt es eigentlich niemanden Genau, an der Stelle würde ich dann jetzt das Video bänden, meine Damen und Herren Dann würde ich sagen, wir sehen uns den nächsten wieder zu einem neuen Video Bis dahin und ciao Bis zum nächsten Mal